Es ist wirklich ein Treffen von der ganzen landwirtschaftlichen Community. Man trifft Leute, die man vielleicht nur online kennt oder die man über WhatsApp-Gruppen kennt. Also ich finde es richtig gut, dass es jetzt endlich mal wieder in Präsenz stattfindet, dass man was hat, wo man alle trifft. Genial, endlich mal wieder. Es ist für mich das erste Mal, dass ich wieder diese Form von Menschenkontakt habe und Kundenkontakt habe. Ganz viel Leidenschaft, endlich wieder mit den Landwirten hier auf der Plattform zu sein, mit allen Kunden. Wir sind sehr zufrieden, vor allem nach der Corona-Pandemie kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass das hier wieder so möglich ist. Man ist sofort wieder drin, man freut sich, dass man wieder den persönlichen Kontakt... Das Schöne ist auch, dass Technik eingesetzt wird, innovative Technik, die dann auch in der Praxis gezeigt wird, wie sie funktioniert und das sehen wir in keiner Messehalle. Das ist ein ganz anderes Feedback, als wenn wir an der Maschine stehen und in der Theorie diskutieren, was wir vielleicht könnten. Wir machen immer sehr viel Spaß, die Anbauflächen, dass man wirklich sieht, wie sehen die Zwischenfrüchte dann aus, wenn sie auf dem Feld stehen. Man trifft sehr viele interessante Leute, nicht nur aus Deutschland, aber auch Nachbarländer. Ich bin hier mit einem Gruppen von Bäumen von rund 20 Ländern, von all over the world. Und ich denke, es ist eine sehr wertvolle Erfahrung für sie, zu kommen und zu sehen, was Agrarpolitik ist in einem anderen Land. Also, ich bin wirklich beeindruckt von all den Sachen und all den Partizipationen von vielen Unternehmen und auch vielen Leuten. In einem Ort haben wir so viele verschiedene Technologien, so viele Leute. Als ich hierher kam, war ich schon echt beeindruckt. Für uns ist es echt ein richtig cooler Stand. Der liegt richtig cool, die Leute kommen rein, finden uns sofort. Sehr zufrieden, weil wir gleich ab halb zehn die ersten Besucher hatten. Wahnsinnig gut. Absolut erflüchtig. Alles hochinteressant hier. Mega. Super positiv. Es macht einfach Spaß.